Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Fuß. Warte mal, halt. Ich suche noch was. Äh... Nein. Nein. Ähm, da haben wir das Lied, ne? Nein. Nein. Hymne der Sonne, da haben wir es ja. Ach so geht das. Okay. Ja, halt. Wie ging das? Ah, endlich. Uah. Ich will mal wissen, was passiert, wenn man das 365 Mal spielt. Da muss doch ein Jahr um sein. War da ein Herzteil? Hm, kam eben so vor. Da bist du. Diesmal entkommst du mir nicht. Muhahaha. Eine goldene Skulli-Toolab. Wie viel lernen wir übrigens schon? Wir müssen denn jetzt 36 Stück haben. Oh, das ist schon eine Menge. Aber es gibt... Ich glaube, es gibt mehr als 100 Stück. Aber wie viele weiß ich jetzt auch nicht. Anscheinend muss man nur 100 Stück finden. Aber ich weiß nie, ob das jetzt genau 100 Stück sind. Aber ich glaube, es sind mehr. So wie ich das gehört habe. Ich habe aber keine Ahnung, wie das jetzt ist. Aber egal. Ich glaube, es ist schon mal ein schönes Equipment geben. Den Endhaken lassen wir da. Ich glaube, wir nehmen mal die Pfeile und die Bomben. Ich glaube, so könnten wir los, ne? Wir dürfen nicht entdeckt werden. Das ist schlecht sonst. Sehr schlecht. Na gut, so schlecht tun auch wieder nicht. Aber ich glaube, wir müssen als erstes mal entdeckt werden. Oh, nix, wir rein hier. Schnell. Die dürfen uns nämlich nicht sehen. So. Wir finden uns jetzt im Diebesversteck. Und ich glaube, da haben wir auch schon das erste Gefängnis gefunden. Ja, ja. Da ist er. Die sind nämlich gefangen geworden. Äh, sind gefangen genommen worden. Hey, Kleiner. Dich meine ich. Schau hierher in die Zelle. Sieht übrigens sehr gemütlich aus. Ich glaube, hier war noch mal was mit den Pfeilen hier, ne? Ich glaube, da... Nein, nein, ich will keine Zeile verschwenden. Ich will das mal so machen. Ach, komm. Ich hasse den Rückstoß von diesem... Kass... Äh, von diesem Stick hier, ne? Egal, ich glaube, hier... Ich glaube, da gab es irgendwas immer. So. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig. Hier gibt es jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Oh. Das ist eine Gerudo-Kriegerin. Attackiere sie, so wie sie ihre Deckungen vernachlässigt. Und hüte dich vor ihre Spezialattacke. Die ist fies, finde ich. Wenn die uns erwischt, dann sind wir tot. Na gut, nicht ganz, aber wir werden gefangen genommen. Sagen wir es mal so. Na, komm. Na, komm her. Ha. Wir kriegen dich schon, ne? Ich will mal versuchen, hier die Gerudo-Festung zu besiegen, ohne hier mal jetzt einmal ins Gefängnis zu müssen. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Na, komm. Komm, 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 komm. Komm, du feige Sau. Komm, komm, komm. Bäh. Ich muss aufpassen, wenn sie ihre Spezialattacke macht, dann reg dich am Arsch. Das war sie wieder. Aber ich glaube, so ein großes Problem ist es nun auch wieder nicht. Ha, ha, ha. Bitch. So. Schlüssel halten. Damit können wir diese Tür öffnen. Wer hätte es gedacht? Nö, machen wir nicht. So, doch, machen wir. Na, was ist? Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich hier den Gerudo-Kriegern anschließen. Aber dann haben sie uns eingesperrt. Weil wir Männer sind. Ja. Frauenrechte forever. So. Jetzt wollen wir aber mal lieber wieder heimkehren. Nö, ja, würde ich auch sagen. Diese Gerudos sind schrecklich und ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. No, homo. Uh. So. Ähm. Ich hoffe, wir sind noch ein paar Pfeile, ey. Und keine, nicht nur Geld. Ach, hier geht's raus. Super. Wo stecken wir denn nun? Ach, hier oben. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Hier oben war auch, glaube ich, eine Kiste. Die ein schönes Item hat. So. Gehen wir mal rein. Ich glaube, wir müssen hier noch vorbei, ne? Ja, ich glaube schon. No, freies Zielen. Schaffe ich das? Ich glaube schon. Na. Oh, doch. Zurück abbrechen. Ähm. Machen wir schnell die Dinger hier kaputt. Jawoll. Pfeile. Super. Das wollte ich haben. Danke. Was ist hier was? Ach, scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Ich will nur fertig werden. Ich habe keinen Bock auf diese Gerudo-Festung. Obwohl sie schon spannend ist, würde ich sagen. Und da ist schon wieder eine Spinne. Kommen wir da ran? Ja, kommen wir. Komm her. So. Gehen wir mal hoch. Ach, ich glaube, wir müssen da jetzt auch hoch. Aber schaffen wir nicht. Schaffen wir noch nicht. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück hoch. Höher. 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 Ich will mich weinig in die Kriegerin. Nö, sieht leer aus. Okay. Ich vertraue immer meinen Gedanken. Und ich begebe mich jetzt am besten mal hier nach oben. So, dass ich hier jetzt die Kiste erreiche. Ach, da, da, da ist wirklich eine Kiste. Fuck. Ich habe diese Fledermode. Ich habe doch diese blöde... Obwohl. Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Bisschen näher ran. Bitte, 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 bitte. Funktioniere. Ich habe keinen Bock, diese Fugelscheuche zu holen. Ah! Ha! Wer braucht schon eine Fledermode... Äh, eine Fugelscheuche. So. Auf damit. Was ist da drin? Spannung. 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 Ein Herzzeug. Ach so, deswegen habe ich mir die ganze Mühe gemacht. Und deswegen musste ich jetzt nochmal alles hier neu machen. Äh. Muss ich nicht. Glücklicherweise. Puh. Ich dachte, jetzt müsste ich schon wieder in die Höhle rein. Hier. In die Tiefen dieses... Dieser Festung. Aber es war doch nicht so. Aber halt. War ich nicht auch... Wo ist denn hier der nächste Eingang? Dort ist, glaube ich, eine Kriegerin. Ja. Eliminieren wir sie lieber mal. Ha, ha, ha. Frauen und Kämpfen. Ha, ha, ha. Witze werden nie alt. Ha, ha, ha. Aha, ernsthaft jetzt. So, da ist der nächste gefangen. Nö. Ich dachte, da wären jetzt zwei. War dem aber nicht so. Ey, Kleiner. Dich meine ich. Schau hierher in die Zelle. Woher weiß er, dass ich da bin? Ich bin doch in der anderen Zelle, ey. Ähm. So. Schön kaputt machen. Oh. Gibt es noch was anderes aus der Rubine? Ich würde ja gerne noch mal ein paar Pfeile kriegen. Wenn ich ein paar Wachen noch ausstellen kann, falls die normalen hier kommen. Stärzen kriegen wir an 20 Rubine teil. So. Ich weiß mal nicht, wer du bist. Aber ja, das sind wieder gleiche Text hier. Das war ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig. Hier gibt es jede Menge Rudowächterinnen. Hey, pass auf. Oh mein Gott. Die gleiche ist schon wieder, ey. Was will sie von mir? Ich bin halt besser als sie. Ja und? Na komm her. Ah, wir haben nicht. So. Du kriegst mich nicht. Vergiss es. Du kriegst mich nicht in den Knast. Ha, Volltreffer, ey. Wehe. Alter. Ich will das schaffen, ohne ins Gefängnis zu müssen. Na komm. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, sieht doch gut aus, ne? Na komm. Ja. Ja, mit dem Schlüssel. Eins muss man mir lassen. Sie weiß, wie man durch Wände springt. So. Hey, du Opfer, du bist frei, so. Das ist wirklich nett von dir, kleiner Feierabdank dafür, für deine Rettung. Ich bin Paul, der Zimmermann. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter, Zimmermann, als mich ihnen anzuschießen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Woher weiß er das? Hilfst du ihnen? Ich mag dein Afro. Ich binizadaha, ich bin froh. Ich kann es damals erst wie bei ihrer flerieurs Alles. Vielen Dank.